Musik Servus Leute und in diesem Sinne herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal Scooper und damit zurück zu Star Citizen Content. Es gab ja eine zweiwöchige Pause hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt in der Zeit irgendwie bei anderen YouTubern reingeschaut und da eure Informationen hergeholt. Ansonsten kann ich euch auch sagen, es ist nicht sonderlich viel passiert, was Star Citizen anbelangt. Die Star Citizen Lives waren nicht super interessant. Inside Star Citizen gab es ja gar nicht. Und ansonsten vielleicht als kurze Zusammenfassung, die 3.6 Version ist mittlerweile auf den Live-Servern. Das heißt, die kann wirklich jetzt jeder auf den Live-Servern spielen. Dafür müsst ihr euch nur den neuen Star Citizen Launcher herunterladen. Und zum anderen haben wir ein neues Fahrzeug, über was ich in Zukunft auch noch berichten werde, oder sobald das Q&A zu diesem Fahrzeug raus ist. Es handelt sich hierbei um die Anvil Ballista. Das ist ein Boden-Anti-Air-Fahrzeug von der Firma Anvil Aerospace. Und das ist halt eben auch schon in der 3.6 Version enthalten. Das ist also ein quasi Instant-Flight-Ready- bzw. Drive-Ready-Fahrzeug, was wir sofort nach dem Kauf dann auch im Spiel verwenden können. Beginnen wir aber nun mit dem Inside Star Citizen und gehen damit sofort direkt zur Anvil Ballista. Denn hier bekommen wir einen kleinen Bericht über eben dieses neue Fahrzeug im Star Citizen Universe. Und hier erhalten wir zunächst einmal einen kleinen Überblick, warum überhaupt die Anvil Ballista entwickelt wurde. Und zwar haben sich die Entwickler gefragt, wie beanspruchen oder beschützen eigentlich Spieler ein Gebiet vom Boden aus? Also ein Gebiet, was sie zuvor irgendwie eingenommen haben. Und da erweitert nun eben die Anvil Ballista als neues Bodenfahrzeug das Ground-Gameplay mit, als eben Anti-Air-Fahrzeug. Und eine große Stärke dieses Fahrzeugs ist hierbei halt eben die extrem hohe Reichweite der Raketenwerfer, die so groß sein soll, dass feindliche Jäger sie nicht mal sehen, bevor diese das Feuer eröffnen kann. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Range der Ballista in Zukunft noch vergrößert werden soll, um eben diese hohe Reichweite auch zu erreichen. Aktuell im Spiel ist die Reichweite noch nicht ganz so groß. Da hat sie eher eine relativ normale Raketenreichweite, so wie die halt eben auch bei ganz normalen Schiffen der Fall ist. Weitere Besonderheiten des Fahrzeugs sind außerdem die relativ schnelle Zielerfassung der Raketen, sowie dass sich diese auf einem rotierbaren Turm befinden. Das gab es zuvor noch nicht bei keinem Schiff. Und ich bin auch ganz ehrlich sehr gespannt, wie die Anvil Ballista sich in das Gameplay von Star Citizen einfühlen wird. Viele Leute haben so ein bisschen Sorge, dass das Schiff aktuell eigentlich noch nicht viel Sinn macht. Und ja, vermutlich tut es das auch, aber wir haben zum Beispiel auch schon von CIG gehört, dass die Anvil Ballista eine Rolle in Squad 42 spielen wird. Und dementsprechend bin ich eigentlich ganz glücklich über die Einführung dieses Fahrzeugs, denn es bietet durchaus ein paar neue Gameplay-Möglichkeiten, gerade dann auch im Combat. Und ich kann mir vorstellen, dass damit wohl die ein oder andere lustige Situation zustande kommen wird. Weiter geht es mit einem kurzen Segment zur 890 Jump. Und diese soll natürlich nach wie vor mit einem 3.6.x Patch erscheinen. Und hier bekommen wir einen kleinen Überblick über die Dekorationsobjekte, beziehungsweise die Props, die extra für das Schiff entwickelt wurden und in den 68 Räumen des Schiffes platziert werden. Ja, ihr habt richtig gehört, 68 Räume wird die 890 Jump haben. Das ist durchaus eine ziemlich große Nummer. Wir sehen hier nun zunächst beispielsweise einige Handtücher und sogar ein paar Badelatschen, die für das Spa des Schiffes entwickelt wurden. Natürlich darf auch professionelles Küchen-Equipment für das Restaurant des Schiffes nicht fehlen. Das ganze Schiff soll einfach einen sehr hochwertigen, luxuriösen Eindruck vermitteln, wofür auch diese modernen Kunstwerke sorgen sollen, die wir hier nun im Hintergrund sehen. Diese reichen von kleinen Skulpturen, die auf Regalen stehen, über größere Skulpturen bis hin zu traditionellen Gemälden, die aber auch allesamt sehr modern daherkommen. Ein interessantes Detail hierbei, das wurde uns so in dem Insights Star Citizen erklärt, sind übrigens die Signaturen der Gemälde, denn die stammen allesamt von Entwicklern aus dem Design-Team. Ich persönlich finde, dass solche Props eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle darin spielen, ein Schiff lebendig und vor allem auch belebt wirken zu lassen und dementsprechend freue ich mich, dass wir so viele verschiedene Assets dann auch für die 890 Jump bekommen. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn man in Zukunft vielleicht, und ich meine damit wirklich in ferner Zukunft, durch Customization auch die Möglichkeit haben wird, vielleicht verschiedenste Kunstwerke in seinem Schiff aufzuhängen, um halt eben jede 890 Jump so ein bisschen einzigartig wirken zu lassen. Kommen wir nun zum letzten Segment des Insights Star Citizen und hier geht es um den Melee Combat, also den Nahkampf und hier werden verschiedene Varianten des Nahkampfs implementiert werden und zwar zum einen der unbewaffnete Nahkampf, also mit Fäusten und dann natürlich noch der bewaffnete Nahkampf, also mit so Waffen wie Messern, vielleicht auch größeren Waffen oder aber auch mit Schusswaffen, die dann halt eben als Nahkampfwaffe genutzt werden. Die Entwicklung dieses Systems wird wohl noch einige Zeit dauern, man arbeitet aktuell aber stark an den Animationen für den Nahkampf, wobei beachtet werden muss, dass die Animationen sowohl aus der First Person als auch aus der Third Person gut und glaubhaft aussehen, denn zum einen soll es natürlich für den eigenen Spieler irgendwo gut aussehen, aber es soll natürlich auch für die Leute aussehen, die irgendwie nur bei einem Kampf zuschauen. Um die Animationen möglichst realistisch darzustellen, wird hier wie auch so häufig auf die Technologie des Motion Capturing zurückgegriffen. Anschließend kommt dann allerdings der kompliziertere Teil, wo dann die First Person Kamera mit Hilfe zahlreicher Tests so angepasst werden muss, dass sie möglichst wenig mit den Bewegungen des Charakters mitgeht, um die Erfahrung bei leichten Angriffen zumindest angenehmer für den Spieler zu gestalten. Es ist äußerst unangenehm für einen Spieler in der First Person, wenn sich der Kopf des Spielercharakters ständig hin und her bewegt. In Test 3 hier im Hintergrund sieht man schon sehr schön, wie der Faustschlag mit dem linken Arm bereits deutlich verbessert wurde und stabilisiert wurde. Die rechte Seite jedoch noch einiges an Arbeit benötigt. Nach vielen, vielen weiteren Tests ist man dann zu einem guten Ergebnis gekommen, welches nun vorerst als Nahkampfanimation ins Spiel integriert werden wird und uns damit einen Eindruck des unbewaffneten Nahkampfs in Star Citizen bietet. Wie gesagt, da dieses Feature allerdings noch weit in der Ferne liegt, werden wir zum Nahkampf in Zukunft noch weitere Beiträge im Inside Star Citizen sehen, wenn die Entwicklung des Features noch etwas weiter fortgeschritten ist. Ja, soweit war es das dann auch schon wieder von der dieswöchigen Episode Inside Star Citizen. Ich hoffe, das Ganze hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Es war wieder ein relativ leichter Einstieg. Wir haben jetzt keine Informationsflut im Inside Star Citizen bekommen. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie gesagt trotzdem gefallen. Zum Star Citizen Live am heutigen Tage gibt es leider noch keine Informationen, wer da zu Gast sein wird. Ihr könnt aber natürlich trotzdem wie immer um 17 Uhr auf den Star Citizen Twitch-Channel einschalten. Ich wünsche euch noch ein sehr schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss.